So, einen wundervollen Abend von uns aus hier. Wir schreiben im Logbuch das Datum, der Samstag, 18. Mai, ein Tag nach Jennys Ehrentag. Jenny hatte gestern Geburtstag nochmal hier an der Stelle. Congratulations and celebrations. Muchas gracias. Ja, sie, Alter erwähnen wir jetzt nicht, aber auf jeden Fall haben wir gestern gefeiert mit Family and Friends, ohne bei uns im Garde. Das Wetter hat nicht mitgespielt, das Wetter war ohne aller Sau. Aber ist normal bei mir. Wir hatten zwei Tage vorher schon eine Unwetterwahrung rausgeschickt. Ja, das sollte halt eben auch dementsprechend. Es war kein schönes Wetter, aber die Laune war am Siedepunkt und gut und lecker essen und ja, gute Stimmung. Generell und prinzipiell. Heute, guck mal, das Wetter ist richtig ambivalent. Heute scheint wieder die Sonne. Was haben wir hier? Ganz kurz. 16 Grad, vorhin waren es round about 20. Das Wetter hätte man gestern gebraucht, aber wir haben ja die Sonne immer im Herzen. So, Stößchen. Hier erstmal nochmal einen guten Schluck vom guten Kaffee. Und die Kaffeemaschine ist am Arsch dahinter. Rose. Was hast du für eine Tasse? Munich. Ich hab Salzburg. Was machen wir heute? Okay, also und zwar, ich hab die letzte Woche ein paar Lives gemacht zu einem Live-Seminar von Tobias Beck, wo ich war. Und Domann und ich, wir waren ja auch bei seiner Live-Show der Rebellion. Kann man nur empfehlen. Also wirklich mega. Raus aus der Kumpel. Und ich hab mir natürlich einige, einige Gold Nuggets notiert und hatte die auch schon in einem Live erwähnt. Und da hab ich einige Resonanz bekommen, sodass ich dachte, sprechen wir darüber mal. Moment, Moment. Was sind denn überhaupt die Gold Nuggets? Aha-Momente. Aha, die Quintessenz. Erleuchtende Momente. Okay. Ja, also auf jeden Fall hat er, er trifft ja mit seinen Aussagen viele Trigger-Punkte. Und dementsprechend nehm ich auch direkt mal den Ersten raus und frag einfach mal Dommer, wie er das sieht. Das ist mir ja eine Befragung. Oder keine Ahnung. Hab ich Rechte. Also auf jeden Fall, der Gold Nugget lautet, wir leben in einer Zeit, in der Schmeißfliegen Bienen erklären wollen, wie Honig gemacht wird. Ja, das ist ja genau, genau das ist ja das Ding. Jeder ist da draußen ein Professor, kennt sich fucking aus, hat ein Doktorandum, weiß alles besser und ist nur nicht mal zwei Meter gelaufen hinter der Schuhe. Also das ist ja prinzipiell ein Problem. Heutzutage, da ist jeder, vielleicht wissen wir auch Sachen besser und haben nicht die Expertise. Aber so die Auffassung meiner Meinung nach ist, jeder weiß es besser, aber keiner macht es besser. Ja, und deswegen, wie soll eine Fliege, eine gemeine Fliege, einer wundervollen Biene erklären, wie der Honig zu machen ist? Ich glaube, wenn man den Satz erstmal auseinander nimmt, was ist da mit gemeint? Also ich glaube, mit Biene ist einfach jemand gemeint, der, also was heißt jemand? Also jeder hat ja seine Stärken. Und in diesen Stärken kann ein anderer, und wenn er noch so viel lernt, noch so viel dafür macht, kann er einfach demjenigen, der seine Stärke und vor allem seine Leidenschaft und seine Begeisterung da drin hat, niemals das Wasser reichen. Egal wie viel Zertifikate, wie viel Studium, wie viel sonst was. Wer in eine Sache Leidenschaft mit reinbringt und Ehrgeiz, Durchhaltevermögen, Blut, Schweiß, Tränen und Begeisterung, der wird so erfolgreich sein, wie gesagt, dass ein anderer demjenigen gar nicht das Wasser reichen kann. Und ich glaube, damit ist einfach eine Biene gemeint. Biene ist einfach derjenige, der seine Stärke, seine Leidenschaft, seine Begeisterung erkannt und gefunden hat und da einfach alles an Power reingibt, um sein Ziel zu erreichen. Und mit Schmeißfliege ist, glaube ich, einfach gemeint, dass wir, wie Doma das gesagt hat, eben eine Million Besserwisser da draußen haben. Die meinen, sie haben die Weisheit mit dem Löffel gefressen, auf gut Deutsch gesagt, und wollen jedem, aber auch wirklich jedem erklären, wie die Welt funktioniert. Und ich glaube, genau das ist der ausschlaggebende Punkt, was mit diesem Satz gemeint ist. Und das kann man durch alles, durchweg. Aber ich finde, wie gesagt, durch Blut, Schweiß und Tränen, wie aus diesem bekannten Lied, durch Passion und Talent und sowas, aber wie findet man das überhaupt heraus? Ist es dann wirklich, ich habe ein Händchen fürs Segeln, keine Ahnung, irgendein Beispiel, ich bin handwerklich begabt, aber wie viele Leute sind dann einfach perspektivlos unterwegs, die einfach gar nicht wissen, was sie können? Deswegen, ich glaube, das ist ja erstmal der erste Step, herauszufinden. Ich glaube, dass viele Leute wissen, was ihnen Spaß macht und was sie können, aber dass die Gesellschaft ihnen das abspricht. Also wie meine ich das jetzt? Ich denke zum Beispiel, dass wenn, das muss nicht mal ein junger Mensch sein, aber wenn ein Mensch, oder früher noch schlimmer, aber auch, wenn heutzutage jemand sagt, er zockt leidenschaftlich gerne, nehmen wir mal das. Also ich meine jetzt halt mit Zocken ins Casino gehen, sondern ich meine jetzt wirklich so, was weiß der Kuckuck, halt irgend so eine, wie nennt man das, Spielkonsole. Und wenn da wirklich jemand 20 Stunden reinhängt in ein Spiel und da keine Ahnung, voll gut ist und es vielleicht schafft ohne Fehler und mit allen Achievements, denke ich schon, dass einige Schmeißfliegen da draußen sagen werden, das ist doch nichts, damit kann man doch kein Geld verdienen und keine Ahnung. Und vielleicht haben sie auch oftmals recht, aber letzten Endes zum Beispiel Twitch macht das Ganze ja nicht nur Twitch, bei TikTok habe ich jetzt ein neues Info bekommen, dass man auch bei TikTok seine Spiele mit TikTok verknüpfen kann und kann, also sein Handy-Game kann man mit TikTok verknüpfen und kann da was weiß der Geier, was man damit kann. Das kannst du 100% auch am PC machen hier. Naja, auf jeden Fall, egal wie es ist, wir wissen es ja, einige machen da ordentlich mit Geld und jetzt reden wir natürlich, also ich kenne mich da ja gar nicht aus, was hier am Dommer sein mit je, aber da gibt es ja die Großen, ich glaube dieser Montana zumindest mal zu kennen, ist ja einer der Großen, die da Geld verdienen, aber ganz ehrlich, der Montana mag seine Millionen im Monat vielleicht verdienen oder auch nicht, ihr kennt euch ja besser mit den Zahlen aus, aber vielleicht reicht es ja auch jemand einfach, seine 2000 Euro netto im Monat damit zu verdienen. Beziehungsweise fängt er ja so erstmal oder arbeitet er sich vielleicht dahin und dann kann sich das Ganze ja noch steigern. Es muss ja nicht immer dieses Big Money sein, von dem man spricht. Es kann ja auch einfach mal so viel sein, wie vielleicht jemand in seinem Hauptjob verdient oder mehr, was er damit ersetzen kann. Aber ich will nochmal weiter ausholen, auf jeden Fall, ganz kurz zu deinem Satz, es kann natürlich für jemanden erdrückend sein oder auch gar nicht vorstellbar, wow, es ist 5.000, 8.000 im Monat zu haben, für die meisten wird wahrscheinlich eher, ich würde so ein kleiner, also ein kleinerer Betrag reichen, um damit schon viel bewirken zu können. Aber was ich jetzt noch sagen wollte, ich bin der Meinung, also als wir aufgewachsen sind, hatten wir viele Vorbilder, du hast dir viel was abgucken können, aber ich bin der Meinung, heutzutage haben die Heranwachsenden kaum noch Vorbilder, an denen sie sich orientieren. Aber ich hatte keine Vorbilder, hattest du ein Vorbild? Nur auf dem Sport gesehen, Michael Jordan habe ich übelst gefeiert. Später raus, was auch Kobe Bryant, mit seiner Mamba-Mentality und sowas, der dir durch, wie ja jetzt Arnold Schwarzenegger, ich weiß, ich schreite auch von Arnold viel herum, der hat dir aber früh an die Hand gegeben, wie viel Power in dir steckt. Und ich finde heutzutage, wird alles negativ verknüpft, wenn dann irgendwo ein männliches Role Model irgendwo erscheint, und das dann auf jeden Fall anders ausgelegt wird, was eigentlich die Intention ist, dass dieses toxische, männliche, wenn wir von Jungs ausgehen wollen, aber auch Mädchen, denen ein Vater fehlt, ein männliches Vorbild, das dann gleich wieder heruntergespielt wird oder übertrieben wird, dass es gar nicht vonnöten ist. Einfach mal auf der Basis, welche Leute haben noch welche Vorbilder, an denen sie sich orientieren. Und da sehe ich halt eben auch diese Perspektivlosigkeit wieder bei jungen Leuten, die nicht wissen, wo sie hinwollen im Leben. Weil ich glaube, oftmals ist es einfach wirklich die Gesellschaft, die alles, wenn man sagt ja zum Beispiel, viele Menschen hatten schon früher, ach Gott, keine Ahnung, den Traum, die wollen Sänger werden, die wollen Musiker werden, die wollen Schauspieler werden, Tänzer werden, das ist ja so der klassische, ich nenne es mal eher Mädchentraum, wahrscheinlich haben Jungs das auch. Und meistens haben die Leute ja dann gleich gesagt, ach hör doch auf, damit kann man kein Geld verdienen und keine Ahnung und lass es und bla bla bla. Einer von Millionen. Ich sage mal so, in vielen Fällen hat man leider Gottes da vielleicht auch recht gehabt, aber warum? Weil vielleicht man einfach nicht am richtigen Ort war. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Traum habe, ich möchte Sänger werden, bin vielleicht in Berlin, habe ich vielleicht viel mehr Möglichkeiten wie jetzt hier auf dem Land. Aber da sage ich das Gleiche wieder, wenn doch jemand so eine Leidenschaft fürs Singen hat. Es heißt ja nicht nur, dass ich jetzt Tina Turner werde und werde hier Weltstar. Es gibt ja, es gibt Opern, es gibt Theater, es gibt, keine Ahnung, es gibt das Fernsehen, es gibt irgendwelche Bands auch, ja, also die sich hocharbeiten, sage ich mal, von der Dorfband zu sonst was. Keine Ahnung, also ich glaube schon, wenn man gerade hier in der Region lebt und ist so eine Weinfestband, ja, und hat da richtig viele Gigs, dass man, und vielleicht noch hier an der Weinstraße ab und zu noch ein paar Feste mitnehmen, dass man da schon vielleicht so seine 1.000, 2.000 Euro mal mindestens im Monat haben könnte. Oder zum Beispiel Hochzeitssänger. Es gibt ja super viele Leute, die suchen Sänger für die Hochzeit. Also ich glaube, wenn jemand diesen Traum hat, er möchte singen und macht es wirklich, wirklich gut, mit Emotionen, mit Herzblut und Leidenschaft, denke ich schon, dass der schnell sein Brot verdienen kann, dass er seine Rechnungen zahlen kann und vielleicht auch für ein bisschen mehr. Aber ganz ehrlich, wir reden immer davon, dass man the big fat star wird, was man ja auch sich wünscht, um Gottes Willen. Und ich denke auch, dass wenn jemand das mit Leidenschaft macht, dass er das auch schafft, da groß rauszukommen. Aber dann denke ich mir immer, alter Leute, was verdient ihr im normalen Job? Also ich meine, die meisten Leute verdienen ja auch nur ihre, was weiß ich, paar Tausend, paar Hundert Euro, ja. Weiß ich nicht. Also selbst wenn, wenn ich jetzt mal vergleiche, mit der Jessie, die ist Friseurin, was die verdient, also ich glaube, wenn die jetzt, ich meine, das ist ja nicht, sie ist keine Sängerin, aber mal angenommen, ja, sie wäre jetzt leidenschaftliche Sängerin, kann ich mir schon vorstellen, dass die im Monat mehr verdienen könnte, bestimmtes Doppelte verdienen könnte, wie in ihrem Job. Ganz ehrlich. Und ich sage mal so, ich meine, das ist ja jetzt so, solche Träume oder solche Talente, wo man sagt, okay, aber ich denke sogar, heute mit dem ganzen Social-Media-Thema, kannst du mit Gesang definitiv auch den Big Shot erreichen. Ja, nach wie vor, das ist keine Limitierung meiner Meinung nach. egal ob mit Tanzen oder mit Singen, aber man muss halt dran arbeiten, man muss auch try and error, wie es halt überall ist und ich denke schon, dass man das schaffen kann. Aber, das Gleiche gilt ja halt nur für solche, sage ich mal, künstlerischen Sachen. Allein ist so, die Thema Berufswahl, also bei mir hieß es auch immer Hauptsache, also jeder braucht auf jeden Fall mal eine Ausbildung, Hauptsache leer, was du dann danach machst, ist egal, Hauptsache du hast den leer in der Tasche, so auf die Art. Und dann gab es ja aber auch wieder, ach nee, wenn du dann so, ah ja, Kind, was willst du denn wäre und dann zum Beispiel bei der Chelsea-Friseur, ach Gott, nee, da verdient man ja nichts. Oder dann, ah ja, in Handel, na, ach Gott, Verkäufer, verdient man, also alles war auch nicht gut genug. Also jeder dachte ja, er kann es dir besser sagen. Ja, zum Beispiel, heute würde ich denken, hätte man was Handwerkliches gelernt und hätte da aber auch Talent, das ist es ja, wäre man heute da ganz gut aufgestellt. Aber das Ding ist, ich kann keinen geraden Schnitt machen. Also weder mit der Schere, also wäre ich bei Friseur raus, noch mit der Säge, also ist halt auch Schreiner nix, leider Gottes. Also deswegen, man muss doch wirklich ein bisschen gucken, wo liegen denn die Talente? Und wenn jemand Friseur, ich meine, ich sehe das auch so, ich finde, Friseure sind übelst unterbezahlt, das ist echt eine Frechheit. Andererseits wiederum, wenn man sich heute zum Tag, äh, zum Teil Friseure anguckt, die dann Bewerbungsgespräche führen, dass man zu denen gehen darf und die einem die Haare für 600 Euro färben oder Extensions reinmachen oder was es da alles gibt, sage ich andererseits, naja, also es ist da auch ein riesen Potenzial vorhanden, wenn man natürlich gut ist, sich weiß, selbst zu verkaufen, ne, und, äh, einfach, ja, das gewisse Handwerk mitbringen, den Mut vor allem vielleicht auch, sich selbstständig zu machen. Also ich glaube, dann kann man da echt schon ganz gut Kohle schöffeln oder wenn ich jetzt mal dran denke, an so das Thema mobiler Friseur, ne, also die Altenheime, da ist ja immer mehr Zuwachs oder, und wenn man da als mobiler Friseur arbeitet, ne, oder im Krankenhaus, habe ich auch schon gesehen, ne, dass da Friseure sich einwilligen, an einem Tag, wo dann steht das so, ne, Friseur von dann bis dann, also ich denke, dass das auf jeden Fall schon Sinn macht, ne. Ja, vielleicht ist das auch so ein Punkt, der mir gerade eben auch durch die Kopfgeschosse kam, ähm, ich finde, wenn wir beim Skalieren sein wollen jetzt, am besten kannst du ja skalieren, wieso habe ich jetzt einen Daumen runter, ich will einen Daumen hoch, ähm, indem du in die Selbstständigkeit gehst. Ich finde wiederum, die Selbstständigkeit, also ich habe kein Wort von Selbstständigkeit gelernt, während in der Schulzeit, noch im Studium, du hast da vielleicht so ein bisschen was über die Steuererklärung gelernt, ja, du als kleiner Arbeitnehmer dann später raus, aber ich finde, die Leute, äh, haben Potenzial irgendwo, hätten wahrscheinlich auch den Drive, haben aber ja Angst vor der Selbstständigkeit, wobei die Selbstständigkeit ja dann immer ist, äh, dass man eine kleine GmbH gründen muss, ja, mit so und so viel Einlage, äh, äh, Startkapital, ja, du kannst ja im Nebengewerbe anfangen, ja, kannst ein Kleingewerbe aufmachen, ja, und da hast du einfach nur eine Gewinn-Verlustrechnung, Aufrechnung, ja, was hast du Ausgaben, was hast du Einnahmen, das ist einmal im Jahr dann zu machen, ja, da musst du dann halt mal eine Steuervorauszahlung geben, was weiß ich nicht, ne, ich finde, ähm, du wirst zu wenig gefördert, was dein Talent angeht, ja, das wird dann immer, das ist halt dieses, dieses Thema, was aufgegangen ist vor, vor einiger Zeit, ähm, dass die halt eben Leute brauchen, die die Arbeiten erledigen, ja, die Firmen, oder auch Pflegepersonal, ja, und wenn dann jeder macht, so wie er denkt, funktioniert das halt eben alles nicht, ist jetzt irgendwo, gleich für den einen oder anderen aus dem Arsch gegriffen, ein ganz komischer Aluhut, den ich gerade aufhabe, ja, aber de facto ist es ja so, ähm, weil wenn da jetzt keiner mehr diese Arbeiten macht, sei es auch, äh, hier Müllentsorgen, was weiß ich, die Abfallwirtschaftsbetriebe und sowas, ja, wer macht es denn dann, ja, deswegen brauchen sie immer so einen Grundstock, an, an, an Heranwachsenden, die jetzt berufsfähig werden, ja, die diese Jobs erledigen, ja, ich sehe es auch hier, die haben ja auch komplett, Personalnotstand, ähm, hier, die AWBs hier in Bad Dürkheim, Grünstadt, ja, die haben ständig, äh, Stellenausschreibungen, da fehlen ständig Leute, jetzt auch im Krankenhaus, wo wir diese Woche waren, in Lautern, ähm, hieß es auch, von, von einer, ähm, auf Station, die waren damals, damals ist noch gar nicht so lange her, zehn Stück auf Stationen, dann sind sie zu dritt, machen die Arbeit von zehn Personen, ja, hab ich gesagt, naja, es funktioniert so lange, ne, wie es, wie es funktioniert. Aber da muss man ja auch mal ganz klar sagen, wenn die Bezahlung besser wäre, dann würden auch die Stellen besser gesetzt werden. Definitiv, aber da hat ja auch, nochmal, ich mache jetzt hier keinen Fass auf irgendwas, da hat ja die Regierung sonst was versprochen, während der, naja, aber das sind ja die größten Schmeißfliegen, das muss man ja mal ganz klar so sagen. auch, auch, auch wieder ihre Wahlversprechen, die hier überall herumhängen und, und die nächsten Wochen noch hängen, bis, bis Anfang Juni, wenn gewählt wird, äh, wieder die klassischen Sätze, Kita-Plätze, mehr Sicherheit. Ich meine, da kann man jetzt auch wieder sagen, was man will, ich bin jetzt hier auch nicht mega politisch, ähm, informiert, engagiert und sonst was, ne, also mal mehr, mal weniger in meinem Leben gewesen, mit ein paar Themen kenne ich mich sehr gut aus, die haben mich halt interessiert, mit ein paar Themen kenne ich mich gar nicht aus, aber ich kann eins sagen, ähm, durchweg, egal, wo ich jetzt so hingucke, finde ich, es gab früher Menschen, wo ich einfach, also das waren nicht unbedingt meine Vorbilder, worauf es fehlen, aber es gab Menschen, die hatten ein gewisses Charisma, eine Ausstrahlung, eine Autorität und vor allem auch nachweislich, Dinge aufzulegen, wo ich sage, da hat man einfach aufgeschaut, egal, ob ich jetzt an meinen alten Arbeitgeber denke, wo es wirklich Führungskräfte gab, da hast du das einfach gern gemacht, weil das waren einfach Menschen, die hatten einen Auftritt, die kamen, du hast, die haben gesprochen, du hast den wirklich von den Lippen abgelesen, die hatten Zahlen und Erfolge nachzuweisen, da dachtest du einfach, ey, ich will das auch, ne, und hast es halt einfach gerne gemacht, und ich finde, genau so ist es ja auch, ne, kann man jetzt mögen oder nicht, aber wenn ich jetzt an Helmut Schmidt denke, finde ich, der war irgendwo noch eine Marke, nicht nur, weil er sich mit der Kippe ins Fernsehen gesetzt hat, oder egal, wo er war, wobei das natürlich auch schon krass, sondern, ich weiß nicht, der hatte einfach was, wo ich sage, das war wer, oder wenn man so an John F. Kennedy denkt, zum Beispiel, nicht nur, weil der jetzt umgebracht wurde, und das vielleicht mega gehypt wurde, aber alleine, so der Auftritt von dem, aber wenn ich so heute, an die Leute denke, da kommt mir nur, da kommt, also ich weiß nicht, was mir da kommt, ob es mir schlecht wird, oder ob ich da lachen muss, aber das ist einfach ein Witz, dass Leute, keine Ahnung, eben Schmeißfliegen sind, die anderen Leuten was sagen wollen, die ja zum Teil noch nicht mal eine Ausbildung gemacht haben. Wir haben keine Ausbildung, keine Ausbildung, ja, und regieren über ein Land, aber gut. Da war doch erst, da war doch erst diese Woche, also krass. Warte mal, vielleicht kann ich sie noch irgendwo recherchieren, oder noch mit reinschneiden, das war doch diese Woche erst dieser Fall, von einem FDP, Politiker, oder schneide ich FDP raus, einfach von irgendeiner Partei, ein Politiker, der auf einer Toilette ein Pissoir abgeleckt hat und sich dabei gefilmt hatte. Was ist denn das? Ja, keine Ahnung, vielleicht hat der, ohne Pfand kein Spaß, ich weiß es nicht, warum er das gemacht hat. Auf jeden Fall ist es so ein bisschen, ein bisschen durch die Decke gegangen und ich denke mir so, Alter, Kinas. Ja, aber genau da fängt ja der Punkt an, also das ist ja schon ein Witz der Nation, ein Witz von allem, also das ist ja das, wir leben wirklich in einer Zeit, in der Schmeißfliegen, Bienen sagen wollen, wie Honig gemacht wird, weil die haben einfach keinen Plan. Also und deswegen ist es ja halt so eine Sache, wo ich mir sage, schwierig. Genau, aber jetzt habe ich glaube ich irgendwie gedanklich den Faden verloren. Wo haben wir... Ja, ich auch. Du hast irgendeine, ich wollte nämlich irgendwas sagen, aber was hattest du denn gesagt? Wo sind wir denn gestartet überhaupt? Nee, warte mal kurz. Du, was hast du als letztes... Ah, genau, ich wollte das sagen. Und zwar, du hattest gesagt, dass man wahrscheinlich auch irgendwie solche Dienste braucht. Und zwar, ich habe mich die Woche unterhalten mit einer Freundin, die, also deren Mutter, also sie hat mit ihrer Mutter zusammen eine Heilpraktikerschule und ich hatte mich mit ihr unterhalten, dass es ja schwierig ist, weil bekanntlich ja das Thema Heilpraktiker kritisch anzusehen ist, weil man will das ja verbieten oder was weiß der Geier, was man alles damit will. Letzten Endes, was sowieso für mich auch genau so ein Witz, der Schmeißfliegen ist, weil es ist einfach so, dass immer mehr nach dem Thema Naturheilwissenschaften, also gefragt wird, die Nachfrage ist einfach super groß, weil das Thema Gesundheit, Immunsystem stärken, immer mehr in den Vordergrund rückt, weil einfach immer mehr Probleme, also gesundheitliche Probleme entstehen. Egal, ob man jetzt sagt, es kommt ein Kind auf die Welt und das hat schon, keine Ahnung, wie viele Allergien, zu unserer Zeit war das noch so ein Fremdwort oder vielleicht hatten wir auch Allergien und wussten es nicht, keine Ahnung, aber heute haben die Kinder gefühlt, hat jedes zweite Kind wirklich irgendeine schlimme Allergie oder irgendeine Unverträglichkeit, ob das jetzt Laktose ist, ob das eine Hautkrankheit ist wie Neurodermitis und so weiter, also irgendwas ist da schon, aber es gibt ja noch mehr Probleme gesundheitliche, die da einfach sind. Also viele Leute haben mit der Verdauung Probleme, mit dem Stoffwechsel, mit der Haut massive Probleme, also auch Akne und sowas, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, also alles Mögliche, dann gibt es ja Themen wie Kinderwunschprobleme, zu Massen, ja, wo die Leute da einfach nicht weiterkommen, dann, ja, sämtliche weitere gesundheitliche Probleme und natürlich, die Medizin ist da an einem Punkt, wo sie einfach vielen Leuten nicht mehr helfen kann, beziehungsweise nachweislich ja eigentlich auch nicht an der Ursache gearbeitet wird, sondern immer nur daran, den Output, sage ich mal, zu mildern, also das heißt, okay, sie haben Hautausschlag, also geben wir ihnen am besten eine Kortisonsalbe, dann geht es wieder weg, aber mal zu gucken, wo dieser Ausschlag herkommt, wird ja nicht gemacht. Und da ist ja einfach der Punkt, dass die Naturheilpraxis da eher ansetzt. Das heißt jetzt nicht, dass man nur auf die Naturheilpraxis Wert legen soll, selbst diese Freundin hat zu mir gesagt, man muss auch gucken, wo man hingeht, weil es ist nicht Heilpraktiker gleich Heilpraktiker, also manches sind halt, da gibt es natürlich auch schwarze Schafe, aber letzten Endes ist die Nachfrage so groß und obwohl das verboten werden soll, hat sie mir gesagt, können die sich vor Anträge nicht retten, also wirklich vor Leuten, die das erlernen möchten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt nicht so viel um die Ohren hätte und sowieso schon so viel lernen müsste, habe ich mir wirklich schon länger überlegt, gar nicht um das unbedingt zu praktizieren, sondern einfach für sich selbst, weil jedes Mal, wenn ich wieder, egal ob mit meinem Opa oder alleine, beim Arzt bin oder im Krankenhaus, denke ich mir, wenn mir ein Arzt was erzählt und ich finde das fragwürdig, denke ich einfach, ey, man müsste einfach dieses Wissen haben, weil ich habe ein unheimliches Problem mit dem Thema Vertrauen, was Ärzte angeht, also so viel, wie ich in der letzten Zeit jetzt schon erlebt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann einfach einem Arzt vertrauen, ist für mich, seit der Pandemie, ist einfach so eine Katastrophe, also sehr, sehr schwieriges Thema und ich denke mir, ich würde sowas einfach gerne lernen, um selber, also mir selbst helfen zu können, also oder auch meiner Familie oder da einfach zu wissen, was mir der Arzt sagt, dass ich das für mich selber überprüfen kann, ob das jetzt okay ist oder nicht, also das wäre so das Thema, also das heißt, es ist ja auch wieder ein Thema, dass die Schmeißfliegen das verbieten wollen, warum, weil die sehen, dieser Markt boomt, die bringen auch die Menschen voran, also Krankheiten werden geheilt durch Naturheilmittel, warum auch nicht, ich meine, das hat man ja vor, keine Ahnung, vor Christi auch schon gemacht, also es gab ja schon immer das Thema Medizin und das Thema Medizin hat ja nicht immer aus chemischen Substanzen bestanden, irgendwann gab es ja halt nur Kräuter und keine Ahnung, Mittelchen, wie man sich irgendwie Tinkturen selbst gemacht hat und draufgeschmiert hat und die Leute früher konnten sich damit ja auch heilen, also muss es ja auch irgendwie gehen, wobei ich jetzt auch nicht sagen will, dass immer nur, dass das Richtige ist, ich glaube so das gesunde Mittelmaß von allem ist so das Richtige, aber das ist mein Empfinden dazu, aber nichtsdestotrotz finde ich, hat niemand das Recht zu sagen, das darf jetzt nicht mehr praktiziert werden, obwohl nachweislich die Zahlen besagen, dass die Heilpraktiker Erfolg haben, nicht von heute auf morgen, man muss natürlich da auch dranbleiben, das ist nichts von der, ich sage mal, das ist ja so ein bisschen das Problem der Menschheit heute, die wollen heute einen Erfolg, also ich möchte heute 30 Kilo weniger, nicht morgen, heute und lieber mache ich da irgendetwas, also versuche ich eine Abkürzung zu nehmen, die am Ende keine Abkürzung ist, aber ich versuche eine zu nehmen, bevor ich wirklich langfristig etwas ändere, weil einfach die Geduld wird immer weniger, es muss immer alles schnelllebiger funktionieren und die Naturheilpraxis hat Erfolge, aber man muss natürlich dranbleiben, muss natürlich machen, was die sagen, aber das halt einfach zu verbieten, das ist für mich halt so ein richtiges Schmeißfliegenverhalten. Weil man darf auch nicht vergessen, in einer gewissen Vorzeit, hat der Dorfschamane, wenn man so sagen möchte, ich will hier auch kein Framing betreiben oder irgendwelche, hier cultural appropriation machen, was weiß ich, wenn der Dorfschamane dir was gegeben hat, hat er seinen Lohn erst erhalten, wenn bei dir das Leiden abgestillt wurde oder nicht mehr vorhanden war oder wenn du gesund warst. Heutzutage ist das ja anders. Heute gehe ich erst mal schön in die Vorkasse und der Schamane hat nie Schuld. Der hat nie Schuld, am Ende ist es immer der User, der Patient, der Kunde, wie auch immer, im Endeffekt sind wir ja keine Patienten, wir sind alles Kunden. So habe ich das auch kennengelernt in der hiesigen Medizin. Egal bei welchem Doktor ich war, bist du halt einfach nur wirklich die Karte, die durchgezogen wird, also die gescannt wird alle Quartal und gut ist. Weil ich hatte ja, ich glaube, da haben wir vor ein paar Podcasts drüber gesprochen, wo ich beim Hautarzt war, wie auch immer, bei meinem Schamanen aus der Nähe. Auch jetzt erst wieder erlebt, wo wir mit dem Opa im Krankenhaus waren, was da so abgeht. Gut, die Leute haben viel zu tun, die sind überschafft, underpaid und overworked, bla bla bla. Man sieht, dass es einfach ein strukturelles Problem ist und an diesem Problem nicht gearbeitet wird. Deswegen schlage ich jetzt nochmal den Bogen, egal welches Plakat, die hier aufgehängt haben, an diesen ganzen tollen Laternen, die wir hier draußen haben auf der Straße, die mit LEDs mittlerweile beleuchtet werden oder über LEDs, sind immer die tollen Schlagweiter, mehr Sicherheit, mehr Zukunft und ihr braucht mich für eure Stadt und was weiß ich nicht und ich, im Endeffekt wollen wieder nur gewählt werden, für die nächsten vier Jahre geändert wird nichts. Man muss mal gucken, was der aktuelle Stand ist der Bundesregierung von ihren Wahlversprechen, weswegen sie ja gewählt wurden, unsere Volksvertreter, was die schon eingehalten haben beziehungsweise was sie verwirklicht haben und wie viele noch in der Mache sind. Weil neulich habe ich irgendwas gelesen, nur knapp 60 Prozent. Also ich meine, das ist ja auch schon wieder so ein Ding. Aber ich muss mich auch immer darüber amüsieren, wenn man dann auf Facebook oder Co., je nachdem, wo man drüber stolpert, dann so Kommentare liest. Ich will jetzt auch gar nicht so arg politisch werden, weil wir haben eigentlich viele andere Themen. Wenn dann heißt, ja, man will nicht von der WHO regiert werden, wer hat die überhaupt gewählt? Du. Egal, wen du gewählt hast, egal, also welche Person du in deinem Land kreist oder was weiß ich nicht oder für welchen Bundeskanzler oder Kanzlerin du dich entschieden hast oder für welche Partei, du hast deine Stimme gegeben und das gibt denen Legitimation. Man wählt Volksvertreter, die WHO, die World Health Organization, kann nicht alle acht Milliarden Bürger fragen, wie sie es denn gerne hätten. Deswegen werden auch auf Landesebene, auf Länderebene, auf mir auch immer, ja, auch das Europäische Parlament gibt es, ja, werden Vertreter gewählt. Und wenn es dir nicht passt, musst du mal halt eben dort aktiv werden. Es bringt halt eben nichts, deine fucking Meinung irgendwo in Facebook runterzuschreiben und alle haben Aluhut auf und alle sind Schwurblern, was weiß ich nicht, ja, und keine Ahnung und dann wieder andere Themen aufzumachen. Du hast gewählt, egal, wie du gewählt hast, die hocken alle dort in Brüssel, ja, oder auch in der Bundesregierung. Neulich haben sie doch erst diese Woche, letzte Woche, ihre Diät erhöht, 11.260 Euro, was bekommt ein Bundestagsabgeordneter? 11.000 Euro und euch oder uns wollen sie nicht ein Prozent irgendwas geben. Ja, also die Wahlen machen es aus, aber wir spielen, wir spielen wieder ein anderes Spiel, Thema Gesundheit. Man guckt auch halt eben darauf, ich halte ganz viel von der chinesischen Naturheilkunde, die auch nachweislich so seit Jahrtausenden praktiziert wird und wie du es ja eben schon treffend gesagt hattest, fußt ja unsere moderne Medizin, die wir kennen aus dem 20. aus dem 19. Jahrhundert einfach darauf, was hat die Natur uns gegeben, wie wurde es aufgearbeitet, bitteschön. Dass ein Penicillin entdeckt wurde, ja, da sind immer diese schönen Wunder, bitteschön, ja, aber man muss sich halt eben auch mal anders informieren und dieses liebe Ibuprofen, was immer hoch geschworen wird, das macht bei dir mehr kaputt, als es dann wirklich heilt. Deswegen müssen wir halt eben gucken, was gibt es noch links, was gibt es noch rechts, was gibt es Alternatives. Vor allem müssen wir eben auch erstmal bei der Basis anfangen, wie ernähren wir uns, bewegen wir uns gut genug oder ausreichend, wie sieht unser Alltag überhaupt aus, was essen wir, einfache Kohlenhydrate und so weiter und so fort. Aber jetzt hier wieder rüber zu dir. Naja, ich hatte ja zu dem Thema auch ein Live gemacht und das vielleicht noch kurz zum Schluss. Und das Ding ist, es geht natürlich immer um das Thema Vitamin B. Leider Gottes ist es so, es geht immer darum um den Nasenlängenfaktor Vitamin B. Kommst du gerade gut an, was für ein Typ wird gerade gesucht? Also so blöd wie das klingt, das ist einfach so, bist du jetzt halt, keine Ahnung, der Quoten-Asiate oder bist du jetzt die Quoten-Frau, der Quoten-Mann, keine Ahnung, brauchst du jetzt gerade einen schlanken, smarten Typ oder brauchst du jetzt eher, was weiß ich, eine hübsche junge Frau oder von mir aus auch, keine Ahnung, was auch immer für ein Typ oder welche, keine Ahnung, aus welcher Region von Deutschland muss derjenige gerade kommen. Also es gibt ja immer verschiedene Kriterien, die erfüllt werden müssen und es ist gar nicht so wichtig, was du mitbringst, sondern du musst in diese Schablone passen, die gerade gesucht wird, das war ja das, was ich auch gesagt hatte und da wird es halt einfach schwierig und da merkt man einfach, dass Schmeißliegen eben überall sitzen, weil das Ding ist, nicht immer ist derjenige, der gerade hochgelobt ist, also das Lustige ist, oftmals werden Leute ja auch gar nicht hochgelobt, manchmal sind die Hochgelobten auch einfach die, die einfach wirklich krassen Willen haben und streng sind, also man kennt es ja oft aus der Wirtschaft, dass Leute anstatt eigentlich rausgeschmissen werden sollen, aber die so lästig sind für den Arbeitgeber, dass sie dann hochbefördert werden, Hauptsache sie sind weg, also ich lache jetzt, aber es ist tatsächlich die Realität, ja und ja, im Endeffekt hatte ich ja zu dem Thema gesagt, also oftmals ist es nicht unbedingt die Kompetenz, die da sitzt, sondern einfach der Typ, der gerade verlangt wird und ärgerlich wird es natürlich, wenn derjenige dir dann wirklich dumm kommt, weil vielleicht deine Nase nicht passt, aber die Nase, die nicht passt, ist oftmals vielleicht einfach, manchmal ist es im Berufsleben das Thema schon Mann und Frau, Mann und Frau sind einfach verschieden, haben verschiedene Vorangehensweisen, manchmal harmoniert es nicht, manchmal ist es einfach, dass derjenige Angst hat, der vor dir sitzt, du könntest deinen Job haben wollen, also egal, das erlebt man ja super oft, dass Führungskräfte, eigentlich sind Führungskräfte ja da, um Menschen weiterzuentwickeln, aber oftmals wollen sie es nicht, weil sie Angst haben, dass du dann ihnen den Job strittig machst oder noch schlimmer, wie es ja oft ist, du quasi ihr Chef wirst, ja, das will ja kein Mensch, weil dann könntest du ja so ungemütlich zu denen werden, wie sie zu dir sind, aktuell, also das sind alles so Themen, da muss man natürlich einfach unterscheiden und wenn ihr so, sage ich mal, einen Chef habt, dann wirklich Vorsicht und denkt immer dran, an die Schmeißfliegen, weil natürlich ist nicht jeder so, um Gottes Willen, und manche Kritik ist auch berechtigt, die Kritik ist immer dann berechtigt, wenn sie sachlich ist, wenn derjenige dir sachlich, emotionsfrei erklären kann, warum er diese Kritik gerade anbringt und vor allem, um was es geht und um was es geht, hat nie was mit dir als Person zu tun, also das heißt, habt ihr auf jeden Fall nichts mit deinem Äußeren zu tun oder mit sonst was, sondern einfach mit, entweder mit deinen Ergebnissen, also dass deine Zahlen vielleicht nicht passen oder mit deiner Vorangehensweise und das muss man auf einer sachlichen Ebene rüberbringen können, ohne jemand persönlich anzugreifen, dann ist es in Ordnung, diese Kritik, aber immer dann, wenn es eben persönlich wird oder irgendwie deine Person ins Lächerliche gezogen wird oder so, dann kannst du schon davon ausgehen, dass derjenige einfach, irgendwo hast du einen Triggerpunkt, wo er Angst hat, du könntest jemandem ans Bein pissen, ja, also von daher, genau, ist es auch so ein Schmeißfliegen-Thema. Da finde ich jetzt auch nochmal, ich habe viele gedankliche Ergüsse dazu und ich finde, dieses Thema, wie man mit Konflikten, es geht hier nicht, die kleine Susi hat den Hans-Peter geschubst oder sowas, wie man mit Konflikten umgeht, nein, sondern vielmehr, ich muss auch nochmal weiter aus, man kennt ja vielleicht auch dieses Bild mit dem Kleinkind, mit der Mama, also die Mama redet und die projiziert das auf das Kind und das Kind actet halt eben völlig weird vor anderen Kindern, also sie plappert quasi das nach, was die Mama oder die Eltern halt eben vorpappern oder der Papa, dass da schon eigentlich viel Mindset-Arbeit schon früher anfangen sollte, dass die Kids an sich glauben vielmehr, aber auch wissen, wie hat man generell umzugehen, klar, vom Sozialisierungsprozess ist es ja so, du hast deine Sippe, deine Familie, dein Umfeld, das sozialisiert dich ja, du hast deine verschiedenen Stufen, fünftes Lebensjahr und so weiter und so fort, die wichtigen Stufen, aber ich finde, sowas sollte auch in der Schule gemacht werden und natürlich, ich rede jetzt hier nicht von David Goggins oder sowas, von Motivationstyp oder Navy Seal, vielleicht auch das, das kann auch natürlich den einen oder anderen triggern und helfen, aber ich finde, wenn du da an der Basis anfängst, dass du gesunde Individuen auf die Welt bringst oder großziehst, dann sieht das auch wieder komplett anders aus mit den Talenten, mit der eigenen Vision, dass die Kinder wieder an sich glauben, weil der Tobias Beck hatte ja auch einen tollen Spruch, wo wir dort waren in Mannheim, sei doch du der Onkel oder die Tante, die es in deiner Familie sowas gebracht hat. Er hat ja so gesagt, es gibt doch bei jedem ein Beispiel in der Familie, wo es genau nur einen gibt oder so, der es sowas gebracht hat, der Patte gemacht hat oder wie auch immer, Karriere, ich denke mal, keiner ist davor gefeit, das nicht genauso zu machen. Einfach mal gucken, abchecken, wie ist die Lage und was für Möglichkeiten hat man, weil auch auf unseren Geschäftspräsentationen oder Meetings, egal welche wir schon gehalten haben, unsere Businessakademien, jedes Mal darüber zu sprechen, was für ein Potenzial eigentlich hat und dass du den Job, den du gewählt hast, dein Leben lang nicht machen musst, nur damit du deine Rechnung bezahlst, sondern vielmehr es ist nichts für die Ewigkeit. Ist halt eben so. Und sich selber jedes Mal zu limitieren und zu sagen, ich kann das nicht oder diese Angst, den nächsten Sprung zu wagen, vielleicht muss man halt einfach durch. Natürlich, wir auch. Jane und ich, wir müssen genauso durch in der Zone, um voranzukommen. Vieles, was wir hier auf die Beine gestellt haben, der Podcast, YouTube, TikTok jetzt seit Neuestem, das sind ja alles so Stellschrauben. Jetzt im Nachgang siehst du vielleicht, hätte man schon vor zwei Jahren anfangen können. Vor vier, vor fünf? Ja, aber es ist immer genau dann der richtige Zeitpunkt, wenn das dann so weit ist. Das stimmt. Jetzt zu sagen, wir hätten, ja, hätte, hätte Fahrradkette. Aber genauso ist es halt eben auch wieder auf die Kids gesehen, ja, was ist das Umfeld? Leute müssen an sich glauben, Kinder müssen an sich glauben und dann wird es auch eine ganz, ganz gute Zeit, ist meine Meinung nach. Und dann gibt es weniger Schweißfliegen, die, die erklären wollen, wieder Honig gemacht. Also guckt euch auch gerne mein Live dazu auf Insta und Facebook an zum Thema. Da bin ich so ein bisschen mehr auf das Thema in der Berufswelt eingegangen. Aber dort hatte ich auch schon gesagt, ich fand, das war ein guter Abschlusssatz und zwar, wenn wir uns wirklich alle darum kümmern, dass wir Bienen werden in dem, wo unsere Stärke liegt, ja, und einfach die Schmeißfliegen schaffen zu verdrängen und dass die Schmeißfliegen uns einfach nicht mehr erklären wollen, wie der Honig gemacht wird, sondern wir den Schmeißfliegen erklären, was sie zu tun haben, dann haben wir es geschafft. Also seien wir doch einfach die Bienen, die Positivität in die Welt bringen und die die Welt einfach zu einem besseren Ort machen. Ja, also anders kann man es nicht sagen. Man muss es halt immer sehen, wenn es genug Leute irgendwann machen, ich rede auch nicht, dass irgendwann mal eine Lüge zur Wahrheit wird oder sowas, aber wenn genügend Leute positive Energie haben, dann wird es auch was Gutes. Man kennt es vielleicht, eine Analogie, Ghostbusters, da kommt doch dieser Graf Drogo oder wie der heißt, ich weiß nicht mehr, aus dem Bild spaziert und dann ist ja diese Bibliothek in diesem Schleim gehüllt und in dieser, was weiß ich nicht, aber draußen war dann die Neujahrsfeier und dann kommt ja die Freiheitsstatue angelaufen mit den Ghostbusters und dann durch die positive Energie wird dieses Schild durchbrochen. Happy New Year, Motherfucker und sowas, was weiß ich. Alles ein Happy, der Graf ist wieder in seinem Bild, ist zerstört, wie auch immer und darum geht es ja. Ich finde, vielleicht ist es ein tolles Bild, sich das auch so vorzustellen, weil im Endeffekt, jetzt können wir ein bisschen esoterisch werden, wir sind alle Energie, wir sind alle aus dem Urknall irgendwo her, das Universum ist unendlich groß, das hat noch keiner das Gegenteil bewiesen. Deswegen, Positivität gewinnt immer. So ist es. Noch was zu sagen? In diesem Sinne wünschen wir euch einen tollen Abend, einen tollen Tag, je nachdem, wie man das so angeschaut hat, angehört hat. Und seid die Bienen. Ja, liken, abonnieren, kommentieren, folgen, wie auch immer, teilt das Ganze gerne über jedes Abo, über jeden Follow, wie auch immer, freuen wir uns sehr. So ist es. Es ist eine gute Zeit und ja, bis dahin, ciao. Ciao. Ciao.